Herzlich Willkommen! Ich freue mich über Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute ein Märchen von der sicheren Geldanlage. Die Themen sollen sein, was ist denn tatsächlich Sicherheit? Was bringt mir diese Sicherheit? Was hat sie 2018 gekostet und was ist noch zu beachten welche Risiken können noch auf uns zukommen als Sparer? Es hat jahrzehntelang gedauert bis man den Deutschen klar gemacht hat, dass das Geld nur bei Banken und Versicherungen gut aufgehoben und sicher ist. Sparbuch, Festgeld, Termingeld, Bonussparen, Kapitalbildende Lebensversicherung und Rentenversicherung und so weiter. Allerdings ist es so, dass die einzige Sicherheit, die der Sparer in den letzten Jahren bei der Form dieser Kapitalanlage hatte, die Sicherheit war, dass das Geld durch die Inflation und der Nullzins- oder Niedrigzinspolitik allein schon an Wert verliert, egal was dort die Banken und Versicherungen machen. Im Jahr 2018 haben die Sparer in Deutschland 36 Milliarden Euro Wertverlust alleine durch die Inflation gehabt. 36 Milliarden ist eine Zahl 36 mit 9 Nullen für am meisten von uns unvorstellbar und das Geld, das dort investiert und angelegt war, belieb sich auf in 2018 auf 2.405 Milliarden Euro. Wenn man nun ausrechnet, wie hoch der Wertverlust von diesen 36 Milliarden aus diesen 2.405 Milliarden ist, dann sind es ziemlich genau 1,5 Prozent Wertverlust, der durch die Inflation entstanden ist. Zukünftig wird es so sein, wohl so sein mit großer Sicherheit, dass die Banken auch noch das Geld, das sie an Strafzinsen selbst zahlen müssen, um Geld zu horten, zu bunkern oder zu hinterlegen, auf die Kleinsparer, Privatanleger ebenfalls umlegen werden und somit nicht nur die Inflation das Risiko ist, sondern auch diese Strafzinsen. Das bedeutet, dass das Geld mit ganz großer Sicherheit, man kann sogar fast garantieren, in den nächsten Jahren, wenn die Zinspolitik so bleibt, wie es auch zurzeit so vorgesehen ist, wird das Geld jedes Jahr weniger wert. Wenn das die Sicherheit ist, die man uns viele Jahre und Jahrzehnte eingebaut hat, dann möchte ich persönlich darauf auf diese Sicherheit verzichten, nämlich eine Sicherheit, dass mein Geld weniger wert ist, ist für mich keine Sicherheit, sondern es ist eigentlich Anlegerverarschung. Das ist zwar ein hartes Wort, aber so sehe ich es. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass aus Anlegersicht wir uns überlegen müssen, wie kann ich denn mein Geld anlegen, sparen, investieren, damit wenigstens der Wert erhalten bleibt und am besten auch noch eine Rendite entsteht. Wichtig ist natürlich auch, dass das auch mit Kleinstbeträgen für alle unsere Sparer möglich ist. Und wenn man sich den Kapitalmarkt so anschaut, dann finde ich aus heutiger Sicht eigentlich nur ein bis zwei, drei Anlageformen, die eigentlich alle das gleiche machen und die tatsächlich geeignet sind für jeden Sparer, für jede Anlage Summe, auch wenn sie noch so klein ist. Ich spreche hier, das ist meine Meinung, ich spreche von den sogenannten Investmentfonds, sehr breit gestreute Investmentfonds weltweit, also nicht nur bezogen auf den DAX oder bezogen auf ein anderes Land, sondern wirklich weltweit gestreute Investmentfonds. Besser noch weltweit gestreute ETFs, weil diese ETFs aus Kostengründen für den Kunden, der dort anlegt, viel viel günstiger sind als Investmentfonds, die gemanagt werden. Was nicht unbedingt bedeutet, dass es keine Investmentfonds gibt, die genauso gut sind wie ETFs. Aber aus Kostengründen ist es sicherlich so, dass die ETFs besser dazu geeignet sind. Des Weiteren gibt es noch eine Anlage- und Sparformen, die aber mit dem gleichen Inhalt, also sprich auch mit Investmentfonds oder ETFs bestückt ist, die allerdings einen Mantel um dieses Investmentkonto sozusagen bildet. Das sind die vorgebundenen Versicherungen, in denen eben diese ETFs stecken und dort ist unbedingt darauf zu achten, dass man keine herkömmlichen klassischen Produkte kauft, die mit Provisionen bestückt sind, sondern dass man hier auf Netto-Tarife, sprich provisionsfreie Tarife zurückgreift und dort eben diese Kosten spart und was sich, wie sich diese Kosten einer Police auswirken können, inklusive des Steuervorteils, der bei solchen Policen viel, viel größer ist als bei Bankdepots, möchte ich Ihnen an dem Zahlenbeispiel kurz erläutern. Wenn jemand 200 Euro für seine Altersversorgung zurücklegen möchte, was die meisten auch müssen, damit sie im Alter einen gewissen Kapitalstock aufbauen können, also 200 Euro pro Monat über circa 30 Jahre investiert, im Vergleich eines Bankdepots mit einem ETF, also kostengünstiges Bankdepot und verglichen dazu die vorgebundene Honorarpolize, ebenfalls mit den gleichen ETFs breit gestreut, ergibt einen Kapitalvorteil nach 30 Jahren von circa 60.000 Euro. Und diese 60.000 Euro, sind geschuldet, den Kosten, die kleiner sind als beim Bankdepot und andererseits dem Steuervorteil in der Police im Gegensatz zu dem Steuernachteil, weil die Bank jedes Jahr Steuern abführen muss, auch wenn ich das Geld nicht entnehme, in diesem Depot, sprich 60.000 Euro in 30 Jahren ist eine ganze Menge Geld. Und dafür einen Berater zu bezahlen, der auf Honorarbasis tätig ist und nicht an Provisionen schielen muss, denke ich, ist eine ganz gute Alternative. Was natürlich auch noch eine Alternative wäre oder eine Beimischung bei einer Kapitalanlage, um die Werterhaltung etwas zu unterstützen, sind Edelmetalle in Form von Silber- und Goldmünzen oder Silber- und Goldbarren, wobei ich eher die Münzen empfehle. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ich dann unten im Text noch mal verlinke. Da können Sie noch mal schauen, was ich damit meine. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Wenn Sie wollen, abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie auch in Zukunft keine Folge mehr versäumen. Und ich danke für Ihr Interesse, freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ihr Klaus Echtler